Hallo meine Freunde, es wird wieder ein Boss. Willkommen zum heutigen Video meine Freunde. Leo Marschier fliegt jetzt offiziell in die Dekai man. Endlich Leo Marschier, du hast deine Eier bewiesen man. Jetzt fliegst du doch endlich Dekai, endlich man. Du stehst zu deinem Mann und machst dir Action-Mackchen man. Ich hab gehört du hast trainiert man. Hoffentlich so Hack-Mack-Style man. Wo du rausnucken kannst. Du hast überhaupt noch eine Chance gegen den Dekai hast. Verstehst du man? Ich hoffe du hast hart trainiert man. Ich werde auch live in die Türkei fliegen und mir das angucken. Euren Fight man. Es muss aber hart zur Sache gehen. Julian Boss mag keinen Pussy Scheiß man. Ich will nur einen harten Fight zwischen euch beiden sehen. Ihr wisst Bescheid man Julian Boss. Will ist in Person. Ihr wisst Bescheid man. Sag Bescheid wenn du angekommen bist Leon Marschier. Wenn du Dekai getroffen hast. Wir sehen uns dann. Ich komm dann direkt zum Flughafen. Meldet euch wo ihr den Fight macht. Ich komm direkt man. Ich bring auch meine Homies mit. Dann werden die krassten Wetten drauf gesetzt. Aber meine Meinung ich wette immer noch 50.000 auf Jiggy man. Weil Jiggy hat's drauf man. Jiggy ist hart man. Der gibt dir bam 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 böse man. Du weißt man. Leon äh. Von dir bin ich halt noch nicht ganz so überzeugt man. Wie die ganze YouTube Scheiße von damals. Denk ich nicht dass du hart genug bist für ein Fight. Aber du kannst mich überzeugen man. Sag Bescheid wenn du da bist. Julian Boss wird kommen. So zum nächsten Thema meine Freunde. Rata trennt sich offiziell von Kalim man. Er war ihm wohl zu anstrengend hast du gesagt man. Warum ist dir Kalim zu anstrengend man. Er ist ein Hamburger Junge man. Einer von meinen man. Hamburg Original ist er man. Rata was ist das Problem man. Du kommst mit diesem Meru. Mit dieser Meru Puppe. Und diesem komischen anderen Newcomer man klar. Aber du kommst mit Kalim nicht klar man. Er ist Hamburger man. Er ist einer von meinen Jungs. Wo ist das Problem man. Versteh ich nicht Rata. Was ist das so gegen die Hamburger Jungs man. Die haben rasiert. Man 1-8-10 hat rasiert. Hamburger Jungs haben rasiert man. Wo ist das Problem man. Junge. Versteht kein Mensch wie du reagieren kannst man. Rata. Mit seinem Köfte spießen. So meine Freunde. Das war es mal wieder. Bis zum nächsten Mal bei Julian Boos. Abonniere und Like nicht vergessen. Tschau meine Freunde.